Musik Jetzt gibt es ja die Westbahn, die fährt auf der Westbahn und die heißt auch Westbahn und fährt auf der Weststrecke, also dort wo bisher schon die ÖBB gefahren ist. Das heißt, da bietet jetzt ein privater Anbieter an. Und das ist eine schöne Illustration für Märkte, die eigentlich keine sind und die dann auch eigentümlich funktionieren. Märkte, die keine sind, das ist ja in dem Fall ja offensichtlich. Da wird ja kein wirklich alternatives Transportsystem angeboten. Die bauen sich ja nicht eigene Schienen und machen damit der ÖBB Konkurrenz. Die fahren ja auf den Schienen, die wir alle zusammen oder die Steuerzahler vieler Generationen in den vergangenen 150 Jahren gebaut haben. Und ich finde das ja interessant, weil es ja immer heißt, Konkurrenz und freie Märkte führen zu Effizienzgewinnen. Und das ist ja auch wahr, weil die Konkurrenz vielleicht die ÖBB zu mehr Effizienz zwingt oder die Konkurrenz gewinnt halt. Also das ist zumindest möglich alles. Aber was man leicht übersieht, ist, dass da am Anfang natürlich eine unermessliche Ineffizienz steht. Ein privater Anbieter bietet exakt das Gleiche an, was ein anderer Anbieter eh schon anbietet. Das heißt, materielle Ressourcen einer Gesellschaft, in diesem Fall das Kapital von Herrn Haselsteiner, wird nicht eingesetzt, um irgendetwas Produktives, Neues, Innovatives zu entwickeln, sondern etwas anzubieten, was wir eh schon haben. Ich meine, wir haben ja die ÖBB, die kundenfreundlich und pünktlich, insbesondere eben auf der Weststrecke fährt. Also da hat es uns ja bisher nichts gefehlt. Da hat uns ja nichts gefehlt bisher. Und jetzt bietet ein privater Anbieter exakt dasselbe an. Also unter dem Begriff des effizienten Einsatzes knapper gesellschaftlicher Ressourcen stelle ich mir eigentlich was anderes vor. More of the same, das ist ja eher ein Exempel für den ineffizienten Einsatz gesellschaftlicher Ressourcen. Aber was weiß ich, vielleicht erfinden die noch irgendetwas Nützliches, was ihr Produkt abhebt von dem der ÖBB und nicht nur das Raucherkammerl. Aber egal, ich, ich persönlich, ich werde mit denen eh nicht fahren, weil die ÖBB, die sind ein Betrieb in öffentlichem Eigentum. Und auch wenn jetzt alle so gern auf die ÖBB bashen, da bin ich schon ein bisschen romantisch. Warum soll ich mit einer privaten Firma fahren, wenn ich auch mit einer Firma fahren kann, die allen Steuerzahlern zusammengehört? Also auch mir. Aber jetzt zu etwas ganz anderem. Wenn man heutzutage mit führenden Sozialdemokraten und Grünen zusammenkommt, dann hört man von allen Seiten, dass sich bei der nächsten Wahl 2013 doch rot-grün ausgehen könnte. Und dass das schon ganz klasse wäre mit rot-grün, dass man da endlich aus der Sackgasse dieser großen Koalition rauskommen würde. Das hört man auch in der Sozialdemokratie und zwar von oben bis unten. Und das ist schon was anderes als noch vor ein paar Jahren, wo diese Partei doch ganz großkoalitionär gestimmt war und im Grunde mit diesen unberechenbaren Grünen nicht regieren wollte. Aber jetzt hat sich halt derweil zweierlei verändert. Erstens kein Mensch, aber buchstäblich kein Mensch in der SPÖ will mehr mit dieser ÖVP regieren. Und zweitens gibt es halt jetzt in Wien seit einem Jahr rot-grün. Und damit ist plötzlich die Wiener SPÖ ein großer Vorkämpfer für rot-grün. Und da hofft man und rechnet sich die Welt zurecht, dass da eigentlich nur ein Äußerl fällt. Wenn das BZÖ beispielsweise mit knapp unter 4% scheitert am Einzug in den Nationalrat und damit eine absolute Mehrheit, sagen wir so 48% der Stimmen kosten würde, dann wäre da doch mit 35% für die SPÖ und mit 13% die Grünen für die Grünen rot-grün eigentlich am Ziel. Und das ist doch nicht unmöglich, sagt man. Und ich sage, ja natürlich ist das nicht unmöglich. Ich finde sogar für eine einigermaßen ordentliche Sozialdemokratie mit guten Leuten und die weiß, was sie will, ist nahezu unmöglich, diese Marke nicht zu überspringen. Und die Grünen müssten 13% ja auch schaffen können. Aber Sie ahnen schon, diese Geschichte hat ein Aber. Ein großes Aber. Und Sie kennen dieses Aber. Dass das alles schon leicht möglich wäre, wenn die nicht immer alles versemmeln würden. Und woher soll denn diese notwendige kleine Prise Begeisterung kommen? Mit diesem handelnden Personal. Und da könnte ich Ihnen jetzt mit einer langen Soader kommen. Aber wozu? Ich weiß, Sie wissen. Sie wissen, dass ich weiß. Ich weiß, dass Sie wissen. Und für all das ist es eben so ein lehrreiches Exempel. Diese traurige Geschichte von Werner Feimanns Facebook-Auftritt und seinen falschen Freunden. Und das ist eben deshalb so lehrreich, weil es da eben nicht um die große Politik geht. Mit den großen Fallen, die gestellt werden. Und den großen Rivalitäten. Und den großen Blockaden des jeweiligen politischen Gegners. Sondern weil es da nur um eine Kitze-Kitze-Kleinigkeit geht. Und da gibt es ja zwei Ansichten, die kursieren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon aufgefallen ist. Die muss man ja so ein bisschen auseinander sortieren. Da gibt es die einen, die finden den Umstand an sich empörend. Dass der Kanzler und sein Team da betrogen haben. Dass sie was vorgegaukelt haben. Und dann gibt es die anderen, die finden das auch irgendwie beschämend. Sind aber realistisch genug, dass sie wissen, na, sowas wird eben gemacht. Wenn jemand eine Website hat und auf der tut sich nicht viel, keiner interessiert sich dafür, dann versucht er halt mit irgendwelchen Tricks, Traffic zu generieren oder den Eindruck zu erwecken, als wäre bei ihm der Teufel los. Dass man die Leute mal interessiert dafür, sodass sie am Ende im besten Fall tatsächlich daran interessiert sind. Aber gerade dann ist das ja besonders haarsträubend. Diese Unfähigkeit, diese peinlich dummen Tricks, bei denen klar ist, da wird man erwischt. Dieser grotenschlechte und langweilige Social Media Auftritt, bei dem klar ist, für den wird sich nie irgendjemand interessieren, auch wenn man noch so viele gekaufte Jubler einsetzt. Kurzum, diese Unprofessionalität. Dass hier ein Teamkanzler in monatelanger Arbeit etwas aufsetzt, was jeder 18-Jährige und jede 18-Jährige in vier Stunden Bastelei viel besser hinkriegen würde. Dass man hier an diesem einen kleinen Beispiel vor Augen geführt kriegt, hier sind Leute am Werk, die einfach alles versemmeln, weil sie es einfach nicht können. Dass es eben hier gar nicht primär um politische Linien geht, um politische Programmatik oder um mangelnde Überzeugungsstärke und so weiter. Ja, um das geht es natürlich auch, aber dass es eigentlich noch viel schlimmer ist. Was wäre denn gewonnen, wenn man solche Leute von der richtigen politischen Programmatik überzeugen würde? Dann würden sie vielleicht auch noch die richtige Programmatik auf peinliche Weise ins Werk setzen, sodass man sich vielleicht noch mehr schämen müsste. Und ich weiß schon, jetzt kann man natürlich sagen, die falschen Freunde vom Feimann sind mir beim Bieb lieber, als die echten Freunde vom Strache beim Gesicht. Aber auf andere Weise gilt es natürlich jetzt auch für den Feimann. Nicht seine falschen Freunde sind das Problem, sondern der echte Feimann und die echten Freunde, die da für ihn arbeiten. Also kurzum und Klartext gesprochen, wie das gute Übung ist in diesem Videoblog. Was immer sie anpacken, sie versemmeln es. Was immer sie tun, es kommt nur peinliches Gemurks heraus. Und solange das so ist und solange das so bleibt, sind diese 35 Prozent oder 36, von denen sie träumen und die eigentlich so nah wären, unerreichbar weit entfernt. Und solange das so bleibt, und solange das so bleibt,